Es sei mir gestattet, in unserer Mitte die Frau Bundesminister Dr. Doreen Sabine Oberhaus recht herzlich zu begrüßen. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Wünscht noch jemand das Wort? Es ist es nicht der Fall, die Debatte ist geschlossen. Wir gelangen zur Abstimmung. Ich ersuche jene Bundesrätinnen und Bundesräte, die dem Antrag zustimmen, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben, um ein Handzeichen. Das ist die Stimmenmehrheit. Der Antrag ist somit angenommen.